Im Streit über die geplante Kohleabgabe gibt es nun auch Kritik von Verdi-Chef Psirske. Er sagte, das Vorhaben bedrohe bis zu 100.000 Arbeitsplätze. Kohlereviere gibt es in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen. Psirske rechnet mit massiven Protesten nach Ostern. Der Plan der Bundesregierung sieht vor, dass Kraftwerke, die älter als 20 Jahre sind, eine Klimaabgabe zahlen, wenn der CO2-Freibetrag überschritten wird.